Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2016 B1, wie ich sie gerechnet hätte. Angaben wie immer hinter diesem Link. Wir haben hier eine Besonderheit, wir haben den Scheitelpunkt und die Parabelform gegeben, wobei die Parabelform noch die Parameter B und C, die Variablen B und C fehlen. Genau die soll man herausfinden. Die Geradengleichung ist auch gegeben, die brauchen wir aber erst später. Normalerweise setzen wir immer in die Normalform zwei Punkte ein und ersetzen und eliminieren dann eine Variable. In diesem Fall haben wir den Scheitel gegeben, also keine zwei Punkte, dann brauchen wir die sogenannte Scheitelform der quadratischen Funktion. Und das findet man auf Seite 30. Wir brauchen dazu den Öffnungsfaktor und den Scheitelpunkt. Scheitelpunkt haben wir hier, Öffnungsfaktor steht ja in der Angabe mit dabei, nur B und C ist nicht gegeben und A ist der Öffnungsfaktor. Und wenn wir jetzt alle Werte, die wir gegeben haben, in diese Scheitelform von Seite 30 unten einfügen, haben wir hier ein A, hier unser XS und hier unser YS. Aufpassen, in der Klammer steht in der Formel X minus XS, das haben wir ja auch schon hergeleitet, warum das so ist. Das heißt, hier muss X minus 4 stehen, obwohl hier ein Plus 4 steht. Draußen steht dafür das Minus 2, weil hier steht normalerweise Plus YS, also wird der Wert exakt abgeschrieben. Wäre der X-Wert minus 4, müsste dran stehen X plus 4 an dieser Stelle. Jetzt haben wir es in der Scheitelform, das heißt eigentlich schon fertig, weil nur noch Y und X drinstehen. Jetzt müssen wir es halt noch in Normalform bringen. Da sollte man erkennen, dass es eine binomische Formel hier gibt. Das heißt, X² minus 8X plus 16, wenn man die Klammer hier erstmal oder die Potenz auflöst. Anschließend müssen wir noch die Klammer auflösen, deswegen, die Klammer bleibt noch bestehen, solange wir nur die Potenz gerähnert haben und noch nicht die Klammer auflöst, müssen wir die Klammer noch setzen. Also 0,25X², 0,25 mal minus 8X gibt eben genau die minus 2X, 0,25 mal 16 gibt 4, minus 2 gibt plus 2. Und dann haben wir genau die Parabelgleichung, auf die wir hier kommen sollten. Die letzten beiden Punkte kriegt man bei der Aufgabe, wenn man die auf die Gerade und die Parabel ins Koordinatensystem einfügt. Als nächstes kommen wir schon zur Aufgabe 1,2. Ihr seht, das geht hier ein bisschen schneller. Da haben wir jetzt zwei Punkte, nämlich die Schnittpunkte der beiden von Gerade und Parabel gegeben und den Punkt B, der auf der Parabel liegt. Wir sollen jetzt für X gleich 6 ein Drachenviereck zeichnen. Ich habe das jetzt schon mal schnell übernommen. A und C ist klar, das sind die Schnittpunkte, die kann man direkt einzeichnen. B ist auch klar, wir gehen zur Stelle X gleich 6, machen das Kreuzle auf der Parabel, denn genau da muss mein Punkt B1 liegen. Und jetzt ist die Frage, wie wir zum Punkt D1 kommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Meine Idee ist, dass das ja eine Symmetrieachse hat, das Drachenviereck. Das heißt, ich kann das hier einfach rüberspiegeln, zum Beispiel das Geodreieck anliegen. Das wäre eine Variante, wie man draufgibt, aber bestimmt noch mehrere. Man kann das zum Beispiel mit zwei Kreisen machen. Ein Kreis um A mit dem Radius AB, also auf die andere Seite und ein Kreis um C mit Radius BC. Dann schneiden sich diese beiden Kreise genau in Punkt D, zweite Variante, um es zu zeichnen. Das war es bei der Aufgabe, ja, noch nicht ganz. Man soll noch das Intervall angeben und das ist jetzt ein bisschen fies, weil das überliest man schnell. Im letzten Satz steht, geben Sie das Intervall für X an, für das das Drachenviereck gibt. Intervall angeben ist wirklich einfach, aber es gibt einen ganzen Punkt, wenn man es überliest und der ganze Punkt ist dann weg. Der Punkt B wandert zwischen A und C hin und her. Wenn er auf A liegt, kann es logischerweise keine Drachenvierecke mehr geben und wenn er auf Punkt C liegt, kann es logischerweise auch keine Drachenvierecke mehr geben. Wenn er drüber saust, beide Male, ändert sich der Drehsinn und damit gibt es dann auch keine Drachenvierecke mehr. A, B, 1, C, oder A, B, N, C, D, N. Dementsprechend muss das genau zwischen diesen beiden X-Werten liegen, also zwischen 0 und 10. X-Wert 0 ist dieser Schnittpunkt, X-Wert 10 ist dieser Schnittpunkt und dementsprechend müssen alle Werte dazwischen liegen, denn wenn sie genau drauf liegen, gibt es ja auch schon keins mehr. Also Intervallschreibweise in dem Fall das offene Intervall von 0 bis 10. Aufgabe 1, 3. Wir sollen zeigen, dass das Drachenviereck bei B, 1 rechtwinklig ist. Nun, wir müssen also eine Bedingung finden, mit der wir zeigen können, dass etwas einen rechten Winkel hat. Da fällt uns spontan der Pythagoras ein, da gibt es ja ein Dreieck, wo man nachprüfen kann. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, die man leicht vergisst, die aber häufig bei solchen Aufgabentypen drankommen. Zwei Strecken oder beziehungsweise zwei Geraden sind aufeinander senkrecht, wenn deren Steigungen miteinander multipliziert minus 1 ergeben. Das heißt, wenn wir die Steigung von A, B, 1 und B, 1, C hätten, können wir ja prüfen, ob minus 1 in der Multiplikation rauskommt. Dann könnte man nämlich sagen, dass es senkrecht ist. Diese Formel steht auf Seite 28. Ansonsten sollte man sich solche Formeln immer merken, dass wenn irgendwas aufeinander senkrecht stehen muss, dass man dann die Steigungen braucht. Um die Steigung zu berechnen, wir haben ja A und C, brauchen wir den Punkt B, 1. Das heißt, hier setzen wir einfach den x-Wert hier ein. Zum Zeichnen haben wir einfach das Kreuzlich-Setz, aber jetzt braucht man ja genau und exakt berechnet. Das heißt, hier müssen wir auch die Rechnung mit angeben. 6 eingesetzt. Hier gibt es 6,30 mal 0,25 gibt die 9. 1, minus 2 mal 6 gibt minus 12 und die plus 2 bleibt hier noch stehen. Das gibt alles zusammen minus 1, so wie man es ja auch in der Zeichnung sieht, aber jetzt ist es sauber berechnet. Ich habe hier einfach den x-Koordinate in diesen Punkt, abhängigen Punkt B, eingesetzt. 6 hier vorne und hinten für das x die 6 eingesetzt. So, und jetzt kann ich die Steigungen berechnen. M, A, B, 1, also die erste Gerade. Da gibt es ja auch die Formel in der Formelsammlung. y, B, minus y, A rechnet man hier. Also in dem Fall y von B, 1, das ist minus 1, minus den y-Wert von A, das ist 2, geteilt durch den x-Wert von B, 6, minus den x-Wert von A, 0. Also aufpassen, dass man hier die Formel auch richtig anwenden kann. Minus 1, minus 2, 6, minus 0 gibt im Bruch minus 0,5. Und die Steigung von der anderen Geraden, B, 1, C, da muss ich jetzt y-Wert von C, also immer den hinteren, 7, wo haben wir C? Hier, y-Wert von C, minus den y-Wert von B, äh, den y-Wert von B, 1, also das ist der hier, minus 1, minus, minus 1. Dann den x-Wert von C, minus den x-Wert von B, C, minus 6. Die Formel einfach nochmal genau anschauen, wenn das jetzt zu schnell ging. Da kommt für die Steigung dann 2 raus, weil das gibt ja 8 durch 4, also 2. Und jetzt sehen wir schon, beide Steigungen miteinander multipliziert ergeben minus 1. Und daraus können wir folgern, dass die beiden Geraden, beziehungsweise die beiden Strecken aufeinander senkrecht stehen. Eigentlich ist es eine Formel für Geraden, aber in dem Fall haben wir uns ja einfach bloß eine Gerade aus diesen Strecken gedacht. So, dann geht es weiter mit der Aufgabe 1, 4. Hier, wir sollen rausfinden oder die Koordinaten von B2 und B3 berechnen, bei denen die Eckpunkte von B2 und B3 auf der x-Achse liegen. Also B, haben wir uns ja erinnert, saust der auf der Parabel hier entlang. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass das hier und das hier die beiden gesuchten Punkte sind. Das sind also die Punkte, wo der B-Punkt oder der Bn auf der x-Achse liegt. Wir brauchen eine Bedingung dafür und die ist hier meiner Meinung nach ziemlich leicht, denn an beiden Stellen ist hier der y-Wert gleich 0. Also der y-Wert von B gleich 0. Der y-Wert von B, der steht hier. Und wenn wir den gleich 0 setzen, dann kommen wir ziemlich schnell zu einer Bedingung, zu einer Formel. Das ist nämlich die quadratische Gleichung, die man hier lösen kann, entweder mit der Mitternachtsformel oder mit dem Taschenrechner. Beim Taschenrechner gehe ich hier einfach auf Second Function und Tool, Polynom 2. Grades, das wissen wir mittlerweile. Ich habe das jetzt schon mal eintragen, 0,25 für A, minus 2 für B und plus 2 für C. Das ist ja schon nach 0 aufgelöst, da musste ich nichts mehr hin und her bringen. Second Function Exe und ich erhalte meine beiden Werte 6,83 und 1,17. Beides auch definiert, ist ja auch klar. Und so kann ich das hinschreiben. Theoretisch darf ich das in der Abschlussprüfung so machen. Oder ich kann natürlich auch die Mitternachtsformel hernehmen, wenn ich mir da sicher bin, sicherer bin. Dann kann ich das Ganze auch mit x1,2 ist gleich und dann minus b plus minus und so weiter berechnen. Aufpassen müssen wir bei dieser Aufgabe. Das ist nämlich noch nicht fertig gelöst. Hier ist die Frage gewesen, bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte b2 und b3. Wir haben jetzt zwar die x-Werte berechnet, aber wir müssen noch die Koordinaten hinschreiben. Das ist ziemlich einfach, 6,83 und 0, weil der y-Wert ja 0 ist und 1,17 und 0. Aber wir müssen es noch hinschreiben. x-Werte der Punkte b reichen nicht. Hier sind nach den Koordinaten der Punkte b2 und b3 gefragt. Und das gibt bestimmt nochmal einen Punkt hinten raus, deswegen bitte da genau lesen, was zu tun ist. Beim nächsten, Aufgabe 1,5, bestätigen Sie durch Rechnung den Flächeninhalt der Drachenvierecke. Nun, der Flächeninhalt der Drachenvierecke ist 1,5 mal e mal f. Das große Problem, das wir hier haben, dass wir auf die Strecke bd nicht so ohne weiteres kommen, weil wir die Koordinaten von d nicht haben. Das heißt, wir können nur mit a, b und c den Flächeninhalt berechnen. Aber das wissen wir ja eigentlich mittlerweile auch schon, dass ein Drachen 4x symmetrisch ist und da quasi zwei gleiche Dreiecke drin liegen. Formelsammlung Seite 44, da kann man nämlich dann nachlesen, wie man mit Vektoren einen Flächeninhalt berechnet. Das funktioniert über die Dreiecksmatrix, also 0,5 mal Vektor a, b und Vektor a, c. Aufpassen, dass man das in die richtige Reihenfolge setzt, immer den Drehsinn, wenn man sich einen Winkel dazwischen denkt, dass das quasi da, wo der Winkel zu drehen beginnt, als erstes notiert wird, Vektor a, b, n und dann auf Vektor a, c das Ganze geht. Also diese beiden Vektoren kann ich ja berechnen, ich kann es natürlich auch mit anderen machen, aber das ist das Leichteste, weil a, c ja ein Fixer ist, dass ich den unbedingt mitverwende. Also wenn ich jetzt nochmal meine Koordinaten hinschreibe, dann tue ich mir auch leichter. x minus 0 ist quasi die x-Werte voneinander abzogen, also x-Wert von b minus x-Wert von a und der y-Wert von b minus der y-Wert von a, dann fällt gerade der Zweier hinten raus. Bei a, c ist es noch leichter, weil wir feste Werte haben. 10 minus 0, 7 minus 2. Aufpassen im Vergleich zur Steigung, das ist nochmal eine gute Wiederholung. Hier stehen die x-Werte oben, bei der Steigung wird genau umgedreht, da wird dann quasi der y-Wert durch den x-Wert geteilt. Also aufpassen, hier sind die beim Vektor, Spitze minus Fuß, oben die x-Werte, unten die y-Werte. Nun packen wir das in die Matrix rein. Ich habe das jetzt mit 2 mal 0,5 gleich hier vorne weglassen, weil das ergibt ja genau 1 und 1 mal irgendwas, das kann ich auch weglassen. Die Terme habe ich jetzt eingefügt, jetzt muss ich noch über Kreuz multiplizieren. 5 mal x minus 0,25x² minus 2x mal 10. Aufpassen, ich muss das Ganze links unten mit rechts oben multiplizieren, also hier Klammern setzen. Hier nochmal aufpassen, minus 0,25x² mal 10 gibt minus 2,5x². Jetzt wieder das Minus davor, mal minus 2x mal 10 gibt plus 20x. Aufpassen, man könnte ja den Zehner theoretisch auch vor die Klammer schreiben, dass man das Minus bei beiden Termen berücksichtigt. Ja und dann bin ich fertig, weil das ist genau der Bereich oder der Term, der rauskommen sollte, um den Flächeninhalt zu bestimmen. Da sind wir fertig, zur Aufgabe 1,6 kommen wir jetzt noch. Da geht es darum, dass es eine Raute geben soll und die soll man einzeichnen. Ich habe den Trick dafür schon eingezeichnet. Raute bedeutet doch, dass alle Seiten gleich lang sind, beziehungsweise, dass die Diagonalen sich gegenseitig halbieren. Also nehme ich einfach die Mitte hier, weil der Diagonalenschnittpunkt ja dann die Mitte von AC sein muss. Ich habe hier die Mittelsenkrechte gezeichnet. Das ist nämlich dann die nächste Symmetrieachse bei der Raute. Das kann man sich bei der Raute in der Formelsammlung mal anschauen. Und dann entsteht hier unten der Punkt B4 und den kann ich ja wieder rüberspiegeln auf die andere Seite mit D4. Oder natürlich wieder mit Kreisen, so wie ich es vorhin schon erklärt habe. Damit ist die Raute gezeichnet. Jetzt ist nur noch die Frage, wie lautet die Gleichung der Geraden MB4? Um eine Geradengleichung hinzubekommen, brauche ich einen Punkt und ich brauche die Steigung. Erst einmal einen Punkt, dann nehmen wir den Mittelpunkt. Der wird am leichtesten sein. Den Punkt B4 kann ich hier nicht berechnen, weil ich kenne den x-Wert dazu nicht. Aber den Mittelpunkt kenne ich, weil das ist der Mittelpunkt von der Strecke AC. A und C ist das hier. Und auf Seite 43 in der Formelsammlung, da steht geschrieben, wie man den Mittelpunkt berechnet. Nämlich die x-Werte addiert durch 2 und die y-Werte addiert durch 2. Damit habe ich meinen Punkt, äh, Mittelpunkt. Jetzt brauche ich noch eine Steigung. Da ist wieder dieselbe Formel wie vorher. Die Steigung von AC und die Steigung, die wir suchen, nämlich die von MB4, die muss ja minus 1 ergeben. Die Steigung von AC kann ich berechnen, 0,5. Und ich weiß, dass sie mit MB4M multipliziert minus 1 ergeben muss. Und das muss ja gerade minus 2 sein. Also minus 2 mal 0,5 gibt die minus 1. Also habe ich auch die Steigung. Damit kann ich es in die Geradengleichung einsetzen. y habe ich, das ist der y-Wert von meinem Mittelpunkt. Die Steigung habe ich, den x-Wert dazu habe ich, das ist der 5er, der Mittelpunkt x-Wert. Und damit kann ich t berechnen, gleich 14,5. Und ich bin fertig mit meiner Geradengleichung. Das war's von meiner Seite. Und ich bin fertig mit dem... Und ich bin fertig mit meiner Geradengleichung.